Hier ist Jump. 10.25 Uhr jetzt. Das Wichtigste am Vormittag mit Thomas Lopau. Jump. Schlagzeilen. Bei einem Bombenanschlag in Israel sind mindestens 17 Menschen getötet und etwa 120 verletzt worden. Ein palästinensischer Selbstmordattentäter hatte sich vor einer Diskothek in Tel Aviv in die Luft gesprengt. Die CDU will offenbar mit einem Gesetzentwurf die Forschung mit embryonalen Stammzellen aus Israel stoppen. Das berichtet die BILD am Sonntag vorab. Dieses Vorhaben der Uni Bonn war von NRW-Ministerpräsident Clement unterstützt worden. Ein in Guatemala entführter deutscher Manager ist erschossen aufgefunden worden. Unbekannter hatten den Mitarbeiter des Schering-Konzerns vor drei Wochen gekidnappt. Sie wollten 1 Million Dollar Lösegeld. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will heute Luftfahrtgeschichte schreiben. Über den Pazifik wird erstmals der Prototyp des unbemannten Überschallfliegers X-43 getestet, der bis zu 7.700 Stundenkilometer schnell sein soll. Das waren die Jump-Schlagzeilen. Dankeschön Thomas. Und jetzt das neueste Direkt aus dem Jump-Verkehrszentrum mit Erik. Schönen Samstagvormittag. Den längsten Stau gibt es im Moment auf der A4. Staus und Blitzer von A bis Z. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Ohorn und Burkau 6 Kilometer Stau nach einem Unfall. A9 Richtung Berlin zwischen Bergbad Steben und Rudolfstein Behinderungen nach einem Unfall. Zwischen Großkugel und Wiedemar Stau nach einem Unfall. Die B180 ist zwischen Eisleben und Bischof Rode wegen eines Erdrutsches gesperrt. Auf der B2 in Leipzig in der Maximilianallee Stadteinwärts Stau nach einem Unfall. Und in Magdeburg ist der breite Weg zwischen Anhaltsstraße und Ernst-Reuter-Allee wegen des Stadtfestes gesperrt. Geblitzt wird auf der A4 Richtung Dresden zwischen Herleshausen und Eisenach-West. Auf der A9 Richtung Berlin am Dreieck Potsdam. Auf der A13 Richtung Berlin zwischen dem Dreieck Spreewald und Löbbenau. Auf der B95 Richtung Annerberg-Buchholz zwischen Chemnitz und Burkhartsdorf. Auf der B97 stehen sie am Ortsausgang Bernd-Hartsdorf Richtung Dresden. In Halle am Wasserturm statt einwärts. Und in Riesa in der Paul-Greif-Zustraße statt auswärts. Alle Staus, alle Blitzer. Deine Region an der Jump'n'Go Verkehrshotline. Verkehrshotline 080 123 2346. Dankeschön, Erik. 10.29 Uhr, hier ist das Jump'n'Wetter. Es gibt auch heute viel Sonne, aber wir sehen nichts davon. Im Moment überall dicke, fette Wolken zwischen uns und dem strahlenden Gestirn. Und das bleibt den ganzen Tag so. Die Temperaturen in Magdeburg 12 Grad, Halle meldet 12, Erfurt 11, Meiningen 9, Leipzig 12 Grad, Dresden 13, Chemnitz 11 Grad im Moment. Magere 15 Grad sind heute insgesamt drin. Dabei, wie gesagt, den ganzen Tag viele Wolken, immer mal wieder sogar Schauer vereinzelt, sogar Gewitter. Und als wäre das nicht genug, auch noch heftiger Wind. Die 3-Tage-Aussicht. Ganz Pfingsten bleibt verregnet und im oberen Bergland kann es sogar schneien. Äh, ja, kein Witz. Und die Temperaturen, die erreichen so um die 10 Grad in den nächsten Tagen. Erst ab Dienstag zeigt sich dann wieder öfter die Sonne und dann wird's auch langsam wieder ein bisschen wärmer. Jump, Jump, eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Jump! 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 Jump!